Was läuft da zwischen den beiden? Schon seit einigen Wochen zeigen sich Mark Terrenzi, 44, und Verena Kehrt, 41, vermehrt in der Öffentlichkeit. Sie knutschen im Netz, besuchen Events zusammen oder gehen gemeinsam essen. Um den Gerüchten einer möglichen Liesow zu trotzen, behauptete die Moderatorin bereits, dass es lediglich ein Spiel zwischen Freunden sei. Aber jetzt knutschen Verena und Mark schon wieder, was das Zeug hält. Zählt das noch zu dem Spiel, was die beiden treiben? Auf Instagram teilte der Sänger einige Schnappschüsse von einem Tag am Tegernsee. Dabei nannte er Verena unter anderem Schatz oder küsste sie auf einem Video. Auch die 41-Jährige selbst postete ein vertrautes Selfie der beiden und versah es mit einem roten Herz-Emoji. Was hat das zu bedeuten? Gegenüber Bild verriet Verena bereits, was es mit der Totelei auf sich hat. Mark und ich verbringen zwei Wochen Seite an Seite, kriegen per Telefon Anweisungen, was wir machen sollen, erklärte die das Spiel. Doch offenbar ist sie von dem Ex von Sarah Connor, 42, auch selbst nicht ganz abgeneigt und tieserte schon an. Alles ist möglich. Und das ist möglich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020